hallo schön dass du da bist so heute wollen wir uns mal wieder um den gewölbe plünderer kümmern und ja das spiel meint es gut mit uns wir dürfen uns wieder mit spinnen oder spinnenartigen wesen rumschlagen wie schon im letzten gewölbe auch diesmal geht es zu den dämonen spinnen und ja ich denke mir einfach wir nehmen hier wieder unser kamel mit weil schaut mal das hat sich ganz gut irgendwie entwickelt hat jetzt fünf punkte mehr auf vitalität bekommen und ich ja ich riskiere es einfach wieder ich habe jetzt das futter geändert auf asuras rum um auch die stärke noch zu fördern genau und wir nehmen also das kamel mit und wir nehmen mit nehmen bei euch mit ich denke wir nehmen sie nicht mit wir nehmen marco mit hast du das nichts zu essen und wir nehmen in die verfluchte kämpferin mit und wir nehmen einen von unseren noch in ausbildung befindlichen kämpfern mit und zwar nehmen wir jannis mit und deine werte jetzt genau wir nehmen ihn hier mit so dann hätten wir unser team zusammen wir müssen hier hin in die region da waren wir noch nicht und ja bist du schon auf folgen ja gut dahin machen wir uns jetzt auf den weg bis gleich so wie ihr unschwer erkennen könnt sind wir hier ganz in der nähe ach gott ja wir gehen einfach mal rein schnell rein da ich denke die anderen werden wir hoffentlich folgen ja werden sie schon so alle da haben wir jemanden verloren oder habe ich jemanden einfach nicht mitgenommen 1 2 3 4 ok auch da sind alle da gut gut pack man hier gleich dein ich habe natürlich wieder das anti gift vergessen super hier irgendwas außer spinnweben sieht nicht so aus ist keiner da hallo hier ist nichts weiter so links oder rechts wo 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 was da ist wo oder wo 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 Da ist eine. Also mal eine Frage. Ich erinnere mich so, dass eigentlich hier immer auch irgendwelche Dinge rumlagen, wo du was lernen konntest. Übersehe ich die Sachen oder bilde ich mir das ein? Gut, das hättest du dir jetzt sparen können. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So ein Elixier der Anmut kann nicht schaden, oder? So. Gut, Beweglichkeitswaffenschaden. Hau mal nett. Das kam mir wieder. Spinnweben, Seide. Ja, alles wie gehabt hier. Ohne Rohasche haben wir. Naja, komm, nimm mit. Wir haben ja das Kamel dabei. Das kann ja viel auch tragen, wenn es sein muss. Ach, das war die Nachbarspinne. Okay. Da geht's weiter. Na, mittlerweile, das klutscht doch. Das gibt's ja gar nicht. Ja, komm. Oh, hi. Du hast hinter der Tür gelauert. Gib zu. Nee, 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 nee. Oh, wie? Ihr seid schon fertig mit ihr? Krass. Ich check mal, ob die irgendwas Spezielles womöglich geben, was wir hier... Naja, nee, nicht wirklich. Nee. Komm mal her, du wild gewordenes Kamel. Ja, komm mal her. So. Das brauchen wir nicht. Einfach schon mal ein paar Sachen hier ablegen. Habe ich noch Kriegsbemalung? Nee, ne? Dann nehmen wir die gleich. Oh. Aha. Zack. Gott, was für Geräusche. Silberstaub. Das können wir auch mitnehmen. Und was haben wir hier noch? Okay. Irgendwie scheinen die der Meinung zu sein, dass wir irgendwann ziemlich viel laufen müssen. Habe ich was übersehen hier? Geht's noch dunkler? Ich glaube, unser Kamel beschwert sich, dass es hier nicht rankommt und kämpft. Wer war das? Wer ist auf den Öffner getreten? Das ist so geil. Guck dir das an. Das Kamel. Ich find's klasse. Und das scheint ihm überhaupt nicht zu schaden. Ja. Ja gut, steht auch daneben. Aber trotzdem. Klasse. Geht mal darüber. Ich will mal hier gucken. Ja. Das nehmen wir mit. Oh, du hast auch Atarium dabei. Nice. Hast du auch Atarium? No. Wo habe ich die denn jetzt hingeschickt? Mit? Oh, du hast es geschafft. Oh, du hast es geschafft. Oh, du hast es geschafft. Ja, also das funktioniert super. Ja, kannst du wegschmeißen. So, und so. Komm du mal her. Wenigstens musst du beim Kamel nicht immer aufpassen, dass du nicht versehentlich aufsitzt, so wie beim Pferd. Okay, richtige Richtung noch? Ja, sieht so aus. Oh ja. Ach nee, komm raus. Atarium? Nein. Na komm, den machen wir noch, bevor wir hier verschwinden. Irgendwie habe ich immer das Gefühl. Ich höre das immer so, als wenn hinter mir was wäre. Aber hinter mir ist nichts. Aha. Okay. Okay, wo rennen die hin? Ah ja. Ja, alles klar. So. Hm. Schon beeindruckend. Haha. Haha. Ja. 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 So, gibt's hier was? Näh? Komm her. Nice. Okay. Ja, kommst du raus? Vielleicht? Ja. Gut. Ah, gleich mehrere. Echt jetzt? Zwirren. Oh, hier hat jemand gekratzt und wollte raus, schätze ich mal. Da ist es ja. Tu mal die Fackel weg und nimm mal den Schild in die Hand. Ja, gut, klein, mittel. Ich glaube, wenn wir jetzt eine angreifen, werden die anderen gleich dazu kommen. Vermutlich. Wo ist dein Hinterteil? Oh, Mist. Oh, ja, 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 ja. Mal schauen. Ja, gut. Nee, sie steht da noch ganz brav. Wo ist denn die andere, die wir eben getötet haben? Die ist da in die Mitte geflogen, okay. Das ist doch einfach nur noch mehr, ja. So. Hi. Oh. 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 Nee, ich wollte was trinken. Ich dachte, da kann ich was trinken. Oh, wow, wir sind echt schnell geworden. Das muss ich sagen, Atarium, Roa, stimm mal mit, okay. Du hast wieder einen leckeren Gift-Cocktail für uns. Leute, ihr steht mir im Weg. Was hat ihr jetzt gegeben? Ja gut, diesen Giftbeutel, da ist ja alles Mögliche drin. Also verschiedene Giftdrüsen und Pilze und hier Skorpionkönigengift. Das war beim letzten Mal das Gleiche. Und was gibst du? Ja, nee, wollen wir nicht haben. Okay, dann lasst uns plündern. Schauen wir uns den Film an. Hm? so was haben wir hier mit Gift behandeltes Doppelschwert, ok sehr schön das nehmen wir alles mit ja komm wofür haben wir ein Kamel dabei also ja du hast dich gut geschlagen Knochen brauchen wir nicht ok das noch, ja passt so, dann haben wir da noch was achso, da war ich eben schon gut ähm wo da waffen und fremden gewölbe rüstungen nice oh, ich sollte mal was trinken bevor ich hier verdurstet bin is noch mal was so wieso habe ich den Verdacht, dass hier gleich ein Haufen Spinnen ankommen egal so meine Lieben, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gut, bis dann, ciao ciao